Grüezi miteinander. Mein Name ist Pascal Marty und ich bin Wildtierbiolog, der einige Jahre in Südostasien gearbeitet hat. Unter anderem auch im Dschungel von Malaysia. Malaysia ist unglaublich spannend, weil es ein Biodiversitäts-Hotspot ist. Das heisst, es hat eine grosse Reihe an Tieren, zum Teil die es nur dort gibt, wie z.B. den Nassen Affe, die es nur in Borneo gibt. Nebenzu gibt es auch Malayenbären oder natürlich der bekannte Orang-Utang. Neben der Biodiversität und der biologischen Vielfalt ist Malaysia aber auch kulturell ein unglaublich interessantes Land, mit verschiedenen Einflüsse, v.a. aus China, aber auch z.B. aus Südindien. Also es ist wirklich ein Melting Pot von verschiedenen Kulturen und nebenzu hat es eine unglaubliche Tierwelt. Wenn Sie das interessiert und Sie vielleicht mit mir zusammen in Malaysia wollen, dann kommen Sie doch mit auf unsere Leserreise im September. Ich würde mich freuen. Danke viel.